Ihr seid im Arbeitsheft und schaut euch das erste Video an. Hier geht es jetzt um die Winkelfunktion. Da es das erste Video ist, möchte ich euch noch so ein bisschen was zum Ansatz sagen. Ihr dürft jetzt von den Videos, es sind über 30 Videos im Arbeitsheft, nicht erwarten, dass da jede einzelne Aufgabe komplett gelöst wird. Das ist ja mehr der Job der Lösungen. Die habt ihr ja auch hinten drin. In den Videos, die Videos sollen euch helfen, in die Aufgaben reinzukommen. Wenn ihr jetzt daheim sitzt und zum Beispiel bei dieser Aufgabe gleich mal nicht richtig keinen Einstieg findet, dann ist ja die Gefahr groß, dass ihr das Arbeitsheft einfach weglegt. Deswegen bekommt ihr in dem Video jetzt die erste Teilaufgabe erklärt und vielleicht auch noch die zweite. Und dann kriegt ihr für manche einfachere Aufgaben auch nur irgendwie einen Hinweis oder einen Tipp. Und ich denke, dann kommt man einfach als Schüler besser in die Aufgaben rein und hat dann auch irgendwie mehr Erfolg und dann macht die Sache mehr Spaß. Okay, also schauen wir uns die erste Aufgabe mal an. Gleich nicht so ganz einfach. Wir sollen den Winkel Alpha einzeichnen und Sinus Alpha bzw. Kosinus Alpha bestimmen. Ja, ihr habt hier einen Einheitskreis gegeben, Radius 1 und der Winkel 70 Grad. Okay, dann denke ich, das kriegt man hin, dass man hier einfach einen 70 Grad Winkel einzeichnet, Geodreieck. Und dann geht es um Sinus, Kosinus. Das heißt, dann sollte man dieses Dreieck hier einzeichnen. Ja, wir haben hier ein rechtwinkliges Dreieck. Ihr erinnert euch noch, das ist die Hypotenuse, Länge 1 hier. Und das ist die Gegenkathete und das ist die Ankathete. So, und damit kommen wir auf die Werte von Sinus und Kosinus. Ich habe es hier oben nochmal notiert. Sinus Alpha, Gegenkathete zur Hypotenuse. Da die Hypotenuse eine Länge von 1 hat im Einheitskreis, entspricht Sinus Alpha sozusagen der Länge der Gegenkathete. Ja, Sinus Alpha, Gegenkathete. Kosinus Alpha entspricht dann der Länge der Ankathete. So, gehen wir zurück zu unserem Dreieck hier. 70 Grad. Also, Sinus Alpha, Länge der Gegenkathete. Wie lang ist denn diese Gegenkathete? Also, wenn es hier bis hier oben eine Längeneinheit ist, dann sind wir hier circa bei 0,9. Ja, also man kann es nicht hundertprozentig sagen, aber circa 0,9 sollte passen. Oder? Ja. So, und Länge der Ankathete, wenn wir hier unten, wenn wir hier bei 0,5 sind, dann sollte man doch hier ungefähr bei 0,3 sein. Ja, dann habt ihr schon mal diese Teilaufgabe. So, etwas komplizierter wird es, wenn der Winkel jetzt mehr als 90 Grad ist. Also, bei diesem Winkel hier, 120 Grad, dann seid ihr dann eben hier. So, und vielleicht erinnert ihr euch noch aus dem Unterricht, in dem ersten Quadranten hier haben Sinus und Kosinus positive Werte. In dem zweiten Quadranten hat Sinus zwar ein positiver Wert, aber Kosinus ein negativer Wert. Schauen wir uns gleich mal an. Also, wir zeichnen wieder dieses rechtwinklige Dreieck ein. Sinus entspricht dann sozusagen der Länge der Gegenkathete. Hier sind wir bei 1, dann sind wir hier ungefähr bei 0,8. Kosinus von dem Winkel, Kosinus 120 Grad, ist aber hier, hat den Wert minus 0,5. Warum denn minus 0,5? Vielleicht könnt ihr oder hilft euch das, wenn ihr das so ein bisschen als Koordinaten betrachtet. Also, ich meine, dieser Punkt hat ja sozusagen auch eine x-Koordinate von minus 0,5. Eine negative x-Koordinate. Hier, der Punkt hat eine positive y-Koordinate von 0,8, positiver Sinuswert. Ja, und deswegen hier unten im nächsten, bei der Aufgabe C, da liegt der Punkt irgendwo hier unten. Da haben wir dann negative x-Koordinate, negative y-Koordinate. Und damit wird auch der Sinus und Kosinus negativ sein. Okay, aber ich denke, das kriegt ihr dann vielleicht auch selber hin. Die Aufgabe 2 sieht schon mal ziemlich ähnlich aus. Unterschied ist der, dass ihr hier Bogenmaßwerte gegeben habt und keine Winkel. Wie zeichnen wir Bogenmaßwert oder Bogenmaß 0,7 ein? Müsst ihr euch überlegen, der ganze Kreis hat ja einen Bogenmaßwert, Bogenmaßwert, einen Umfang von 2πr, also 2π bei Radius 1. Das heißt, so ein halber Kreis hätte ein Bogenmaß von π. Ein Viertelkreis hat einen Bogenmaßwert von π halbe. π halbe zu circa 1,6. Und wir müssen den Bogenmaßwert 0,7 eintragen, dann sind wir circa hier oben. Ihr könnt jetzt genauer ausrechnen über den Dreisatz, 360 Grad sind 2π Bogenmaß. Aber hier ist jetzt so gedacht, dass ihr das sozusagen anschaulich macht. Also wir wären hier ungefähr bei 0,7. Wir haben einen Sinuswert von 0,6, ein positiver Sinuswert, und einen positiven Kosinuswert von circa 0,7. Hier nächste Aufgabe, Bogenmaßwert π halbe. Das heißt, das sei da genau hier oben. Dann haben wir einen Sinuswert von 1 und einen Kosinuswert von 0. Okay, also denke ich, dann gehen die Aufgaben auch gut. Aufgabe 3, da geht es darum, dass ihr auch wieder hier, das könnt ihr jetzt mit dem Taschenrechner machen, da habt ihr gegeben, Gradwerte müsst ihr in Bogenmaß umrechnen und dann davon Sinus und Kosinus bilden. Ja, also 60 Grad entspricht 1 Drittel π. Warum? Ich würde es, oder man kann das mit dem Dreisatz machen. Ihr wisst, 360 Grad entspricht dem Einheitskreis 2π. 1 Grad entspricht dann 2π durch 360. Und 60 Grad, 2π mal 60 durch 360 sind π Drittel. Ja, also mit dieser Umrechnung könnt ihr von, bequem von Gradmaßen auf Bogenmaßwerte kommen und dann entsprechend Sinus und Kosinus ausrechnen. Okay, Aufgabe 4, da die Tabelle vervollständigen und die Achsen skalieren. Ja, die Sinuskurve, die ist euch bestimmt vertraut. Ich denke, ihr wisst, hier sind wir bei π, hier ist eine Periode rum bei 2π. Hier dann genauso und dann könnt ihr auch mit der Kurve die Tabelle ausfüllen. Also beim x-Wert von 0 haben wir natürlich bei der Sinuskurve einen Sinuswert von 0. Bei der Kosinuskurve einen Kosinuswert von 1. So, und wenn ich jetzt, ich habe jetzt noch dieses Beispiel hier gemacht und schauen wir mal, was bei π los ist. x gleich π, da sind wir hier. Da hat die Sinuskurve einen Wert von 0 und die Kosinuskurve Wert minus 1. Okay, dann gehen die anderen Aufgaben auch. Aufgabe 5 habe ich noch eine vorgemacht. Da müsst ihr die Kurve dazu einzeichnen. Ihr habt praktisch schon gegeben die Standard-Sinuskurve und jetzt wurde die um 1 nach oben verschoben. Mittellinie hier eingezeichnet, 1 höher. Und noch, wir haben eine Streckung in y-Richtung um 2. Das heißt, die Amplitude beträgt 2. So, und damit haben wir einfach höhere Ausschläge und die Mittellinie 1 erhöht. Okay, denke ich, die anderen Aufgaben sind auch machbar. Gerade diese Koeffizienten, diese Transformationen, das kommt dann noch auf den nächsten Seiten viel. Zu dieser Seite habe ich euch jetzt gar keine vorgemacht, weil ich denke, das ist eigentlich, wenn ihr diese Aufgabe hier gut gemacht habt und verstanden habt, dann geht es eigentlich ganz genauso. So, okay, und der Rest wäre jetzt eure Aufgabe. Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Aufgaben. Ich wünsche euch